Guck morgen Jungs und andere, die das Alphabet nicht aufsagen können. Ich weiß, dass dieses Video nicht das längste ist, aber wie bei Gurken, kommt es nicht auf die Länge an, sondern um die Steuerklasse 3. Alles Gute zur Steuerklasse 3. Wenn es euch natürlich trotzdem gefällt, gerne doch ein Like oder ein Abo da lasst und natürlich das Alphabet richtig aufgezählt kommentieren, damit ich es lernen kann. H, E, N, R, Y, G, U, R, K, E. Jungs, welchen Server gehe ich denn heute? Easy live. Bitte, bitte Deutschrap. Oh, wir sind so cool. Guck mal, wir smoken hier und dort. Ich rauche Kursch. Bitte sagt mir, ich lebe. Ey, ich war nie tot. Ich frag mich, was ihr habt, Dings. Ich war wirklich nie tot. Oh, doch war ich. Hilfe, ich liege hier. Ich sehe aus wie ein Scheißhai. Wie ist es denn, Freunde, kein Wunder. Da ist jemand. Mach die Tür auf. Open the door. Ja. Jawohl. Alles klar, er hat mich erst durchsucht, um zu schauen, ob ich irgendwelche Wertgegenstände bei mir habe. Und jetzt trägt er mich raus, okay. Tod ist Ursache des Patenten, ist unbekannt. Ich habe mich nur in der gleichen Kammer. Warum? Lässt du mich noch jetzt sezieren und so eine Scheiße? Er lässt mich wirklich sterben. Geiler Arzt. Ja, nee, dann scheiß drauf, häng ich auf einem anderen Server, Digga. Warum holt er mir dich hoch? So einen Schwanni lecker. Lange Nacht im Hot, irgendwann komm ich zu dir. Nein. Da muss ich eingreifen, Digga. Jobs nehmen, Jobs doch finden keine Jobs. Habe ich ja schon mal richtig Bock auf den Server, geil. Er bin jung. Oh, eine Garage. Holt bitte nicht dein Auto. Seid beide ein bisschen laut. Dann würde ich ihn empfehlen, äh, keine Ahnung. Nein, halt mal ganz kurz die Fresse, denn meine Ohren tun schon weh. Dann mach doch deine Ohren leise. Einmal bitte zum Würfelpark, der Herr. Ich bezahle sie auch gut. Ja, guck mal mein Auto an. Wie lausend hättest du ein 100 Euro dafür ausgegeben, Digga? Kollege? Ich bin nicht Kollege, Digga. Okay, 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 okay. Lass ihn, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Ich geh schon, ich geh schon. Außerdem wollte ich sowieso kein Konto abschöpfen. Die waren viel zu laut, Digga, Kinder. Oh, ein Kollege. Versuchst du irgendwie hier das Auto aufzubrechen oder was ist los mit dir? Kollege, wollen sie noch reden oder gehen sie nur wieder in die Knie? Sind das ganz Quads und störe ich sie beim Training? Das ist ein AFK, Dude. Komm her. Ja, geh auf die Knie, bring dir auch nichts mehr, verbeug die von mir. Gefällt dir ein bisschen, ganz zu. Schlag in die Fresse, hast du schon ewig gebrucht. Ey, Glatze. Chicky Boy. Oho, ein Geschenk. Ich liebe Geschenke. Dieser Mann moaned at least this loud. Oho, Vorsicht. Mensch, Kollege, nicht auf der Straße stehen bleiben. Du fassst meinen Kollegen, Digga. Erstens, digga bin ich nicht. Und zweitens, warum steht hier einfach so random auf der Straße wie zwei Leute, die nicht wissen, was eine Straße ist. Bist du bei Packham, Boys? Keine verschissene Ahnung, was du lauerst. Ah, nein. Gut gespielt, gut gespielt, GG. Deine Hände hoch und schießen. Okay, okay, warte, ich weiß nicht, wie der Muskel ist, sag ich dir ehrlich. Drei Sekunden, eins. Welcher Muskel, welcher Muskel, welcher Muskel, welcher Muskel? Warte, schieß nochmal Platten, weil mit dem Motor darfst du nicht fahren, ne? Oh, Digga, peinlich. Ich bin aber fast geist, muss ich mal schon lassen, ja, guck mich an. Bingo, jetzt hol den noch einmal hoch und wenn du nicht schüttest, schieße ich ihn und du holst ihn auch nicht wieder hoch. Oh, 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 was ist denn hier los? Nimm deine Hände hoch. Welcher Muskel, welcher Muskel? Unter den Escape Muskeln. Ah, sag das doch früher. Klar, wolltest du wegfahren, ne? Lass dich deine ganze Pubertären der Wut hier raus. Äh, what? Kollege, wer sagt, dass ich jetzt deine Geilse bin hier? Mit dem Motorrad fährst du nicht, das ist von Packham, Boys. Was ist dieses Packham, Boys? Deine Fraktion. Du hast versucht, mich zu überfahren, Digga. Mein Kollege hast überfahren. Hab ich gar nicht, er stand da auf der Straße, Jungs. Ja, er stand da nicht, jetzt laufen wir weit in der Hand. Äh, 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 wer nenntest du ihr Hund? 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 Ah, er hat zwei Freunde, okay, er hat den Betrieb, Papier, Freunde, es ist zwei. Ah, ah, scheiße, er ist der Pelle. Kritischer Hase, okay, Jungs, alles ruhig, alles ruhig. Hände hoch, Hände hoch. Wieso höre ich mich doppelt? Wer von euch hat undichte Löcher? Ich. Ey, ey. Ich nehme dich jetzt mit, weil du frech bist. Ah, scheiße, das ist echt kacke. Alles gut, Andreas. Andreas, du sind kacke, passt mich nicht an, du hast ekelhafte Wurstfinger. Bin ich jetzt mit dem Papa der Gruppe? Ach, aktuell, da ist sie, ja. Ah, scheiße, okay, nee, du klingst auch wie 15, du bist leider ein bisschen traurig. Hey, das will ich gerne jetzt haben. Sprich Deutsch. Werde ich jetzt in die Familie eingeweiht? Kollege, ich glaube, ich werde jetzt Ehrenmitglied. Weiterberätung oder was? Digga, du nuschelst so dermaßen Scheiße. Digga, was machst du mit unseren Jungs, Digga? Ja, Digga, was soll ich sagen, die stehen auf der Straße, beschweren sich, dass sie angefahren werden und dann hat er halt mich einfach festgenommen und nicht erschossen, weil ich an seinen Kollegen angefahren habe. Eine traurige Spezie ist ein Mensch. Ja, Digga, aber wir können alle dich in den Umständen umschöptern. Digga, wenn du noch einmal dich versprichst, ich schwöre bei Gott, dass ich kann dich kein Wort verstehen manchmal. Nuschelst du und sprichst so schnell und das, Digga. Naja, weil ich hummer meine Jungs dazu. Nö, du bleibst jetzt hier. Du bleibst hier und befreist mich, ja? Lass mich runter. Nö, stell dich nicht so an und verschließ deinen Löcher. Kollege, Löcherverschluss. Nö, du Löcherverschluss. Guck mich nicht so erotisch an. Du weißt nicht, wo ich hingucke. Ja, du schießt nach außen. Hier jetzt mit meinen Jungs, Digga, wenn das jetzt gegen dich ausspricht, Digga, bist du tot. Ey, Kollege. Nö. Ist wahrscheinlich mich da jetzt im Knast wegen der Auslogge in der Anstelle oder sowas. But that's fine. Na ja, Server, neues Glück. Travis Schrott? Als Indie-Hörer ist es nicht leicht, einen 5M-Server zu joinen. Ich sag's euch ehrlich. Warte, wie mach ich das weg? Wie mach ich das weg? Ah, ey. Halt. Äh, nein. Wie mach ich das weg hier? Okay, das ist schön. Wie mach ich das weg? Wie geil. Ich krieg jetzt einfach, Digga. Y war's. Okay, und wie steh ich jetzt auf? Wow. Ihr vergesst alles, was ihr gesehen habt, ja. Sonst finde ich euch, ja. Ich war böse gerade eben. Wait a minute. Die haben Einreise? Absolut pfui, ey. Wie kann man so sein? Henry ist Pilot und fliegt in Hirne. Augenbrauen, Augenbrauen, Augenbrauen. So, zack. Augenbrauen, Glatze. Meine Augenbrauen sind fly, merken sie sich das. Guten Abend. Guten Abend. Sie müssten einmal die Glatze wegmachen. Die Glatze muss ich wegmachen. Was spricht denn gegen Glatze, Menschen? Ich hab auf den Einreiseplakat nicht gesehen oder auf den Gesetzesbuch, sie dürfen keine Glatze tragen. Das kannst du drinnen machen. Stört es sie? Dien sie sich einfach um. Erklären sie mir mal erstmal, warum ich überhaupt das alles nochmal diesen Aufwand machen muss. Weil ich dir das jetzt sag, ansonsten war nicht ich weg. Kannst du dich entscheiden. Bist du ein richtig cooler Dude? Scheiße. Okay, ja gut. Mit so einem Chat will ich nichts anfangen, Alter. So wie jede Frau möchte nichts mit dir anfangen, du Stück Scheiße, Digga. Bann mich doch einfach weg, Digga, weil ich eine Glatze hab, Digga. Du bist so ein Stück Scheiße. Hier, spür meinen Arsch. Spür ihn. Digga, kompensierst du was mit der Glatze irgendwie im Echtleben? Keine Ahnung, hast du da sehr viel Haarglatzfallen oder was soll die Scheiße, Digga? Scheiße. Ja gut, das war es wert. Ganz ehrlich, das war akzeptiert. Keine Glatzen. VeloCity, komm. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber hier fehlen Bilder, ja? Nein. Wie ich sehe, haben wir irgendwie alle ziemlich denselben Schuhgeschmack. Und wie ich sehe, hast du einen absolut golden Humor. Ach, ich fasse es nicht. Roboter am links, den habe ich ja auch, wissen Sie, was ich damit normalerweise mache. Ich stecke dir so tief in dein Puppe-Loch, bis ich dich als Puppe spielen kann, Kollege. Oh, 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 ein cooler. Dann komm mal mit, wenn du so cool bist. Großer Mann, kleiner Schwanz. Das ist ein alter chinesisches Sprichwort. Was halten Sie persönlich von... Oh. Hey, 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 hey. Das ist einfach ganz schön scheiße, das ist ein Modder. Das ist illegal legal, sie wissen, dass sie das nicht dürfen, ja? Hey, auf, Sachen vor dich zu stellen. So, verdient. Drecks, dude. Was auch immer das hier war, es war ein Modder. Geil. Das ist ja gerade hier. Sie haben da ein bisschen Code an der linken Seite von ihrem Mundwinkel. Kann das sein, dass sie da Popo lecken? Oh Gott, nein. Fühlst du das, er pelt? Ich kenne das auch immer, dass ein komisches V-Random in der echten Welt einfach rumschwebt. Geiles Karre, Jungs. Aber meine Karre ist klein und winzig. Geh doch weg. Oh mein Gott, hör aus. Dreht scheiße, dreht scheiße, dreht scheiße. Er muss nachladen irgendwo. Ich bin gestorben. Nein. Mensch, war das Leben im Schmerz. Wenn euch das letzte gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Jungs, ich bin eure Henry Gurke. Ich küsse euer Herz, ja? Und ansonsten würde ich sagen, gut, sieht man sich das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart, wenn die fucking Jesus rocks aus.